Ich bin gerade über das Huhnen gerannt. Sorry. So. Juhu! Was soll das Ding? Steinstatuen, Worte, die das Siegel lösen. Ein Stab aus den Wolken. Ich verstehe irgendwie gar nichts mehr. Wir haben nichts als Eleas Erinnerung über diese Stadt in den Wolken. Link, kannst du nicht irgendwas unternehmen? Haben wir das Buch da drin? Tatsache. Da, vielleicht kannst du es lesen. Ich kann es garantiert nicht. Was ist das denn? Wow, sind das etwa kumulanische Schriftzeichen? Wo hast du das denn her? Ob das vielleicht die Worte sind, die dieses Siegel lösen? Also gut, versuchen wir es. Sagt der was? Keine Reaktion. Vielleicht ist es nicht diese Statue. Danke, Link. Die Worte habe ich mir gemerkt. Ich gebe dir das antike Dokument. Also erst einmal zurück. Ich denke, ich werde versuchen, den Zauberspruch an anderen Statuen auszuprobieren. Die anderen Statuen habe ich schon so oft besucht. Ich weiß auswendig, wo sie sind. Warte, ich markiere es auf deiner Karte, wenn du etwas von mir willst. Komm also einfach zu mir. All diese Statuen haben die Form einer Eule. Du wirst sie also leicht erkennen können. Wir treffen uns dann dort. Ah, okay. Naja, jedenfalls haben wir es auf der Karte. Da hat jemand unseren Stab wieder aktiviert. Der Kopierstab hat wieder magische Kraft. Mysteriöser Stab, der antike Statue lebendig macht. Lege ihn, bla bla bla. Okay. In diesem alten Dokument stand also der Zauber, der diesen Stab zum Leben erweckt? Wenn wir hiermit wieder zu den steinernen Statuen gehen. Der Typ hatte doch gesagt, er würde eine Markierung machen, wo wir die Statuen finden, oder? Also Link, gehen wir. Später. Okay, also wirklich bringen tut es das noch nicht. Statuen. Statuen. Da ist was. Da ist was. Oh, müssen wir jetzt echt erst alle. Oh mein Gott. Da ist keine. Da ist eine. Oh mein Gott. Da ist auch eine. Da sind zwei. Da ist so viel keine. Äh, nehmen wir uns erstmal die vor. So, die Katariko. Ist klar. Was ist das? Nein, nur Lampe. Oh Gott. Müssen wir jetzt echt jede einzelne suchen? Na gut. Schauen wir mal. Wenn wir uns mal die Statuen vornehmen. Achso. Nehmen wir uns mal gleich die rein. Ich denke mal, die werden wir brauchen. Die Suche nach den Statuen. Warum auch nicht. So, wo war die erste? Da draußen. Packt das Schwert weg. Oh, warte. Der Gaul war hier irgendwo. Da. Brauchen wir rufen. So. Juhu. Theoretisch müsste die auf der Karte... Ah, ja. Ich hoffe, sie ist hier lang. Hoffe ich zumindest. Oh, das Schleim. Ja, da. Schau mal, Mama. Zack. Pam. Irgendwie... Sieht das aus, als könnte ich da lang gehen. Egal. Wird kommen. Was ist das? Du entdeckst ein kumulanisches Zeichen. Damit kannst du einen Teil des Kumulardokuments lesen. Aber anscheinend erklärt das Dokument immer einen Teil der... Achso. Das macht Sinn. Verdammt, hätte er klappen können. Ich muss den Mist finden. Ich muss den Mist finden. Ah, hier bin ich falsch. Okay, toll. Ähm. Gott. An der Brücke muss ich auch noch... Ah, gut, was soll's. Ja. Da unten. Und auch noch mal. Juhu. Mann, auf die Idee erst mal kommen. Manchmal so mich einfach, wenn mir keine Kommentare helfen. Ich muss auch mal sein. Mann, ich bin auch mal ein Mensch. Wirklich, wenn ich da bin draufgekommen. Oh, Mädels. Mädels! Und rüber! Oder auch nicht. Lassen mich doch alle nur rufen. Nee, wir sollten nur Ruhe lassen. Nein! Lasst mich schon ruhen! Göttot! Der war schön. Da ist die Nächste. Juhu! Ok, die hatten wir dann auch. Ähm... Ich glaub, es wäre das sinnvollste, jetzt einfach bei Hagula umzubreiten. So geh ich... Bisschen Stress. Ach, na gut. Mann, das ist eine Plackerei. Ich bin natürlich wieder voll gegen die Wand. Ah, was labert man denn so in der Zeit? Dieser Eulen, tolle Saga. Wer ist denn mein nächster Gast? Genau! Es gibt vielleicht den ein oder anderen, der ihn kennt. Ich hoffe natürlich auch, dass es klackt. Aber mein nächster Gast... Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Mein nächster Gast ist... Sojak... 23. 23. Also... Ey! Sojak... 23. Ich glaub, so wird's ausgesprochen, ja. Schon wieder runtergefallen. Ach, was macht er grad für Projekte? Äh... Ich glaube, aktuell macht er Farben. Ja, ich muss gestehen, ich hab gesündigt. Ich hab seit langem nicht mehr auf seinen Kanal geguckt. Ich hab zwar an seinem Hintergrundbild rumgebastelt, weil ich wieder Langeweile hatte. Ich mach halt so diverse YouTube-Hintergründe. Weil ich mit Gimp immer so ein bisschen rumbastel. Ist einfach ein Hobby von mir. Ich mach das aus Fun. Ich mein, hey, wer einen Hintergrund haben will... Ich sag's mal so, meldet euch, aber erwartet nicht, dass ihr das Ding innerhalb von 14 Tagen habt. Ich setz mich daran, wenn ich Lust und Laune habe. Das kann teilweise zwei Monate dauern. Und wenn's euch nicht passt... Tja, nicht mein Pech, ich will damit kein Geld verdienen. Entweder ihr fällt's einem oder ihr fällt's einem nicht. Love it or hate it. Klar, man, ich geb mir schon Mühe, so ist es nicht, aber... Ich... Bin ihr falsch? Nein, ich ärgere mich jetzt aber auch nicht, wenn's irgendein mal nicht gefällt. Mein Gott, ist halt das Leben. Was soll's. Ist halt einfach so... Warum sind hier Goblins? So, dann kommen wir ja hier. Nein, nicht so weit runter. Hoppala! Stopp! Und ruf da. So. Hopp! Ey! Das war nicht weit genug oben. So. Und... Alehap! Ey, Link, spring doch mal ein Stück weiter! So. Alehap! Das wird schon wieder nicht weit hier noch sein. Juhu! Boah! So. So. Welcher fehlt noch? So. Eine Kiste? Und ein Goblin. Hi, Digga! Hui! Okay. Komm mal mit, ich brauch dich mal da drüben. Der war so klar, dass ich da nicht rüberkomme. Okay. Genau. Hier rum. Da rum. Hier rum. Da rum. Hier rum. Da rum. Löffelstil. Genau. So. Jetzt stellen wir dich mal da hin. Ich will ja nur wissen, was in dieser Kiste ist. Selbst wenn es nur Rubine sind. Oh mein Gott. Dann sind es halt ein paar coole Rubine. So. Ey, 100 sogar. So. Was fehlt denn noch? Weiter drüben... Aua. Weiter drüben ein Stück? Dann passt das. Jo. Pona, du stehst so komisch da. So schief. Ach ja. Ja, worüber könnte man noch sprechen? Ich hab jetzt meine Haustiere erwähnt. Ich hab jetzt meinen nächsten Gast erwähnt. Ich hab jetzt meinen nächsten Gast erwähnt. So ein bisschen öde überspielen, gerade zu quatschen. Weil... Ich meine ganz ehrlich, was tun wir hier? Wir tun gerade nichts anderes als doofe Eulen suchen. Hm. 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 Meine Katze spielt gerade mit meinem... Brief vom... Amt. Das findet die gerade ganz toll irgendwie. Wie? Was ist das für ein Scheißstein dahin? Ah. Warte mal. Wo ist da hinten ein bisschen großer? Ach so. Einfach nur zum Putt machen. Ne, halt die Dach. Hui. Roll mal gegen. Mach Putt. Boom. Ne, jetzt... Verdammt. Na ja, stimmt ja. Ich hatte ja das Spiel kurz ausgemacht. Ich hatte ja eine kurze Verschnauzpause. So. Dich brauche ich. Wie komme ich da... Ah, okay. Ich weiß, wie ich da wo komme. Glaub ich zumindest. So. Naja, fast. Komm mal her, Brummi. So. Zurück bringen kann ich nicht immer noch. Hoi. Da haben wir die Nächsten. Hm. Okay. So. So. Hüpf mal weiter. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Okay. Danke. Hopp. Sollte reichen, um da rüber zu kommen. Hehehehe. So, ist da jetzt ein Herzteil drin, oder? Rubine. Wieder Rubine. Hey. Hey. Es wird doch. Okay. Welche Eulen fehlen jetzt noch? Halt. Falsches Menü. Uns fehlen jetzt noch... Die da? Und... Die da, wa? Ich glaube, die ne... Ne, da ist ein Warp... Da ist kein Warpportal in der Nähe, oder? Hallo! Na, Schritte! Ich hoffe, es war aber niepunkt. Vielen Dank.